Alter, bist du gesprungen? Bist du gesprungen in dem Moment? Was? Und willkommen zurück zu einer weiteren Runde Bad Wars mit der Ivy und dem Cars Crafter. Hallo. Hallo. Wieder auf dem Donkey-Server, der war eigentlich letztes Mal ganz cool, mit dem Netas. Also entgerockt. Aber wir müssen, wie gesagt, gucken, dass wir ganz schnell in die Mitte kommen. Ich habe keine Steine. Aber so eine Frau ist schon vonnöten, ne? Weil wenn man das nicht spielt... Das Bett immer wieder macht. Die ist immer zu Hause, das Bett am Aufladen. Hier ist Eisen übrigens, ne? Ach, direkt am Anfang? Hier. Ach, da oben, okay. Peter, hast du Steine? Peter, Peter, Peter. Ich habe acht Steine. Ich fühle mir gerade vor, wie Heiko beim Peter so am Rock-Zippel sitzt. Heiko, Heiko. Die Steine habe ich mir auf dem Weg gelegt. Auf dem Weg? Die sind schon am Ansatz von dem Weg. Doch, die sind auf dem Weg, ich schwör. Egal. Oh, Heiko, hast du einen Vogel? Er hat mir das gerade gehört, denn das sind Vögel von draußen. Der hat Gewitt nicht. Also wir brauchen gleich Gold, damit wir das wieder mit den coolen Endertruhen machen können, Weil das war ja übelst geil. Ähm, Ivy, ich habe hier ein Gold für dich. Wie viel Eisen hast du? Äh, vier. Darf ich die haben? Ich tausche die. Super. Dann, ähm, halt du mal Gold im Auge. Das baut nämlich hier in der Mitte. Voll Steine. Ähm, das kommt da auch, wo der, das andere kommt. Der Ziegel. Right. Ich habe noch ein Eisen hier. Oh, dankeschön. Obwohl, die kann es noch mal halten. Ich lauf mal eben zur Medea. Äh, brauchen wir noch Klötze? Fällt mir gerade ein. Äh, ich habe ein paar, aber die reichen. Könnte ich dir nicht sagen. So, hier zwei Eisen. So, ich lauf mal in der Mitte. Wir brauchen jetzt unbedingt einen Näh-Taster. Und wir brauchen unbedingt, genau, einen Näh-Taster und dann Gold für die... Äh, Heiko, hast du schon Gold? Oh, ich hab mein Fleischchen geschmissen. Das war dumm. Brauchen wir noch mal für... Oh, wir brauchen ja auch nur... Zwei Gold für die Truhe und für eine noch in der Mitte, ne? Ich habe zwei, also warte mal eine Truhe. Äh, warte mal Heiko. Warte mal Heiko. Oh, bin schon weg. Ja, du musst eine Truhe mit. Guck mal, Rot will zu uns, Rot will zu uns. Achtung, Roter kommt. Gib, 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 gib. Warte, gib nicht, gib nicht. Nicht, dass du jetzt damit stirbst. Yeah! Roter on the way. Oh, ich werde verhauen von beiden. Oh nein, lauf! Peter! Und die andere Kiste mache ich... Ne, warte, das machen wir ja doch. Wechsel! Ich hab die Kiste! Du hast ne Kiste? Ich hab ne Kiste. Ich hab nur noch zwei Herzen. Ja, was hast du, was hast du, was? Achso, da kommt... Helf uns! Die Kiste ist weg. Ich hab sie gesaved. Sehr gut. Braucht ihr irgendwas? Die Kiste liegt hier. Oh, da ist Gold. Schnell. Wir brauchen eine Nähtaste, da ist 2,3 Minuten nur noch. Warte, kannst du mir die Kiste geben? Hier ist Gold. Das ist doch ein fairer Tausch, oder? Ja, ja. Warte mal, ich guck mal hinter mir so, mit meiner Supertaste. Oh, da ist sogar noch einer. Hallo! Au! Peter! Der war nicht von uns! Hahaha! Warte mal, ich guck mal hinter mir so, mit meiner Supertaste. Hast du den nicht gesehen? Der ist genau hinter dir gelaufen. Also, nein. Mach mal hier, das ist mir irgendwie... Lol, rot hat ihr zugebaut, ey. Kann hier mal irgendwas kommen? Ja, kann hier mal irgendwie Neatherstar kommen? Ja! Das wär cool, wir nehmen... Oh, da kommen gelbe und blaue. Neatherstar, jetzt! Okay, wir weg. Peter, Peter, ich komm, ich komm. Haha! Achtung, gelb kommt zu uns. Oh, ich seh den gelben und wie ich den seh, der steckt sich nach oben. Oh! Nice shot, Peter! Hahaha! Das ist ja wie im Fußballspiel hier. Oh, da war Ping-Fong! Hahaha! Sehr gut, aber wir haben immer noch kein Gold. Ich hab zwei Gold. Okay, ich hab auch zwei Gold. Was soll ich was kauf? Oh ne, warte mal, ein Schwert. Die haben Bogen! Die haben Bogen! Die haben Bogen! Blauen 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 Bogen! Ne, Taste hab ich. Cool. I'm on the way. In der, in der Kiste? Hast du die getötet, Peter? Ist die Kiste weg? In der Mitte ist leider keine Kiste drinnen. Ne, wo ist denn die andere Endertruhe? Oder wo hast du die hingetan, Heiko? Äh, im Beuzo? Du bist runtergefallen. Wo ist das Bett? Wo ist das Bett? Wo ist das Bett? Hier, hier, hier. Okay. Oh! Danke, dass du das Bett gemacht hast. Sehr lieb von dir. Sehr gut. Ich hab dir ja gerne was durchgegeben, aber ging leider nicht. Hat Anna ein Gold noch für mich? Ja. Ich hab drei hier noch. Guck mal, da könnt ihr euch stehen und schön was kaufen. Dann gib mir bitte... Da ist es. Dankeschön. Heiko, hier sind nochmal zwei Gold für dich. Zwei Gold. Zwei Gold. Da kommt Road rüber und Road baut sich grad hoch. Guck mal, die... Heiko. Krantechnik von zwei Leuten. Alter. Was? Was ist denn die Krantechnik? Ja, wenn du wie so ein Kran oben her baust. Ach so. Oh, wir brauchen auch ein Netherstar wieder. Okay. Peter, was ist deine Aufgabe? Warte, Maha ist grad aufm Weg. Nee. Die andere Nethertour ist zu deck, oder was? Doch, doch, doch. Der ist leider runter. Mach schnell! Maha, was macht der? Ja, Maha, warte, 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 warte. Hallo Peter. Ja, was macht der denn? Der mich runterhau, Naiko hinter mir. Der wird dir nicht das da in die Ding legen. Ja, warum macht der das dann nicht? Peter, da schieß ich mal von der anderen Seite. Oh. Lala. Oh, wuuu. Zu viel Input. Alter, wie viel hier sind? Was ist denn hier los? Mama mia. Hä? Machen die alle Team, oder was? Ich glaub die Team. Komm, wir hauen nochmal den hier von hinten kaputt. Wir hauen den hier von hinten kaputt. Das war ein Spaß, Peter. Warum gehst du denn da rauf? Au. Nein, Heiko. Ich hab das. Ich schaff das. Ich bin weg. Oh. Ich bin irgendwie wirklich gekommen. Ja, Waffen und so ein Scheiß war richtig nice. Waffen und Scheiß wäre nice. Spitzhacke vielleicht noch, Bruden. Das war nicht unser Bett, oder? Ne, wir müssen jetzt nur noch töten. Okay, okay, okay. Ich hab vier Gold irgendwie bekommen. Ich bin im Kreis gelaufen. Sehr gut. Oh, wer hat das jetzt eingesammelt? Ahja. Einen Bogen hab ich noch nicht. Echt nicht? Ne. Ich hab aber einen gekauft. Willst du ein cooles Schwert, Peter, oder was hast du für ein Schwert? Nur Stein. Ah, ich hab auch noch Stein. Da kommt ein Blauer. Oh mein Gott, oh mein Gott. Hat einer einen Pfeil? Nein. Ich schieße ihn gerade schon ab. Achso, sehr gut. Aber ich kann noch einen kaufen? Ja, bitte, bitte, bitte. Und gib mir den. Gib mir den, gib mir den. Schnell. Ja, warte, ich bin überfordert. Fall, fall, fall. Da ist er. Sehr gut, danke schön. Und go, 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 go. Ach das. Das ist schon jetzt zu sehr. Okay, wir haben noch ein Bett, zwölf Sekunden lang. Scheiße. Ja, ist nicht so gut, ne? Und unser Bett ist kaputt. Peter, pass auf jetzt bitte. Jetzt ist das Bett kaputt. Warte. Alles gut? Sehr gut. Sehr gut. Den hast du ja schön gesnackt, ne? Ja, natürlich. Ob hier noch mehr Gold kommt, dass ich hier... Oh mein Gott. Also, sobald jetzt einer von uns stirbt, immer tot. Das hat der Nachteil halt, wenn kein Bett mehr da ist, ne? Ja, ja. Ich darf jetzt aber nicht zu Hause gehen, ne? Can't go home anymore. Okay. Ich bin mal ein bisschen vorsichtig hier gerade. Oben sind ganz viele Rote übrigens, ne? Wo oben? Ach, da oben auf dem... Auf der Base, genau. Zwei blaue sind noch da. Oh, hier ist richtig viel Gold. Wir haben keine Endertruhe, ne? Ne. Ich habe nicht das da. Bring uns zwei da nicht mehr. Ne, dann komm zurück. Wenn du richtig viel Gold hast, komm zurück. Sechs Stück sind das richtig viele? Ja, immerhin. Schau mal was. Wir haben eine Endertruhe, aber wir haben die zweite nicht mehr müssen. Offen. Sehr gut. Ich treffe den da oben. Soll ich auch mal kommen, oder? Ja, wenn du magst. Aber wie gesagt, einmal sterben ist down, ne? Ist tot. Ich kann ja mal hier sowas bauen, dass man hier... Ach, ich habe ja mal getroffen. Verstecken kann. Ich habe irgendjemand mal getroffen, ja. Öfter? Frau Peter, bist du da wirklich... Ne, ne, einmal. Oh, da kommt einer von der Seite. Die flankieren uns. Nicht schlecht. Da kann ich die mal treffen? Hinter, hinter dir. Wechsel, wechsel, wechsel. Oh, weggeholt. Und wie? Und wie? Und wie? Was macht der denn da, Alter? Das war ins Geschehen, wo ich kein Bett mehr hatte, dass ich mich kümmern muss. Oh mein Gott. Oh, oh, oh. Oh, das war auch noch mein Kill, ja schön. Ist aber schon eine Lusche heute, Peter, ne? Was? Okay, gestern war ich ein bisschen besser, ne? Oha. Oha. Also wir müssen die anderen nur noch holen jetzt, ne? Ist ja ein Schnapp. Ja. Und ich habe noch nicht mehr zur Rüstung, das ist richtig gut. Soll ich dir was mitbringen oder so? Ja. Also wir müssen den blauen dann mal wegholen. Oh, ich habe den noch getroffen, geil. Gen. Oh. Ich komme mal, auch wenn es das letzte ist, was ich tue. Oh, da ist der Kaikos auch da. Ja. Ne, also hier sind noch, wie gesagt, ein blauer und ein roter. Die sind beide noch in der Base drin. Also im Kampf bin ich ja besonders gut in dem Spiel. Soll ich den Eisen Shred holen, Peter? Ohne Rüstung, ich brauche unbedingt ne Rüstung. Okay. Und der blaue baut sich gerade zu, das heißt? Ne Rüstung wird nicht so gut für dich. Bizzacke. Nur ne Lederrüstung, ja. Also ich kann ne Lederrüstung mit Trägen haben. Okay. Rot ist mal Gelb. Wo bist du? Das Rot? Und hat nen Pfeil, oder? Ja. Und das Gelb. Oh lol, der trifft mich sogar. Hier bin ich. Hallo. Warte. Ost, warte. Ja. Komme. Oh, sehr gut. Endlich ein paar Anziehsachen. Aber ich hab, äh, hier guck mal Eisenschuhe. Oh, Eisenschuhe sind sehr, sehr gut. Brauchst du noch was? Äh, ja, Heiko bringt das Schwert mit, ne? Ja. Sehr schön. Und Steinschwert. Holzschwert. Axt. Ich hab Meta-Style. Schwert! Hinter dir. Hinter dir. Hinter dir. Da, 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 da. Pass auf, der hat nen Bogen. In die Richtung. Brushen wir die jetzt? Ja, guck mal, hier der Rote. Da müssen wir auf jeden Fall hin. Aber der, der macht dann schön wahrscheinlich Bowspam, wenn wir da hingehen. Ich hol mir mal ne, ne Ender-Perle wie gestern. Heiko, nein, was machst du? Ich steck das gerade nicht. Heiko, wie viel Gold hast du denn? Gar keins. Ich hab vier. Brauchst du was? Der andere hat auch nen Bogen, ne? Feuer von der Seite. Ich hab, ähm, zwölf Gold, das reicht. Sure. Okay, okay. Ich könnte ja nochmal ne zweite Kiste holen, die wir in die Mitte stellen, dass man da, äh... Ach ja, schnell versorgen kann. Genau. Bitte? Hilfe! Kommst klar? Wir fliegen die jetzt halt so, so Pfeile einen halben Millimeter beim Kopf vorbei, äh? Ja, auch von der Seite, ne? Jetzt ist eh over für ihn, jetzt ist over. Er wirft da einfach Eisen raus. So, ich geh mal noch ne... Warte mal. Äh... Nimm mal eine mit. Ja. Dann kann man hier schön was reinpacken. Was braucht man denn? Äh, warte, ich pack jetzt hier die Rohstoffe rein. Also Enderperle werde ich jetzt mal versuchen. Entweder klappt's oder ich bin tot. Heiko, was machst du? Der ist so ruhig, der rennt bestimmt zu dem anderen. Nee, nee, ich hab mich hier vercampt. Achso. Weil der hat mich geschossen. Du siehst mich doch, oder? Heiko ist verklemmt. Das auch. Oh, der blau ist hier. Ja, der ist in der Mitte. Was? Peter, ich glaub mal nicht. Alter, wie trifft der mich denn hier? Der hat doch andere, Alter. Alter. Okay, Enderperle flieg. Ach, das bist du auf den ich gerade schieß. Gut. Braucht ihr was zu essen oder so? Vielleicht? Ich lau' jetzt mal zurück. Jawoll. Jawoll. Oh, das war spannend. Also ne, ähm, wie viel Gold haben wir? Noch eins jetzt. Ja, hab ich gerade Pfeil und Bogen gekauft. Achso, ja, okay. Sechs Stück hab ich. Ich hatte gehoppt, dass wir eventuell noch ne Enderperle haben. Gehoppt. Gehoppt. Die Geheimwaffe. Wo bist du denn, Peter? Oh, warte mal. Der kommt, ne? Wo? Der kommt. Der Rote? Der Rote kommt. Kann ich von hier treffen? Ja, genau. Baller ruhig mal drauf. Du kannst den treffen. Du musst halt relativ hoch ziehen. Oh, man kann ihn ja ein bisschen ärgern einfach so, dass er sich zurückzieht. Heiko, wie viel Gold hast du? Sechs. Gib her. Pass auf, Ivy, hol du ne Enderperle mit dem Gold, was jetzt in der Kiste ist und pack die Enderperle rein. So. Das hinkrieg, wo ist denn die Enderperle? Bei der Kiste. Eine Kiste. Äh, Enderperle. Oh. Ist drin. Dankeschön. Ein bisschen Nahrung. Ich hab ihn getroffen. Hype. Ich hab ihn nochmal getroffen. Hype. Nochmal getroffen. Hype. Was? Du triffst ihn so oft? Fühlt ihn jetzt noch, bevor du dich dahin portest, ey. Ich weiß nicht, ob die Enderperle so weit geht. Ich glaube nicht. Ja, doch, du hast es geschafft. Nein, die fällt nach unten auf dem Boden. Oh, Peter. Mach's gut, Heiko. Es war schön mit dir. Ne, ne, du, wenn du uns wollt wirst, dann wirst du nicht in der Airport durch. Oh, Glück gehabt. Ist das nur noch dieser eine Rote oder was? Ja, ähm. Der Yoshi. Haben wir Klötze in der Truhe? Nein, warte. Wir haben jetzt noch unsere Takte. Wir brauchen Klötze in der Truhe. Oh, Mann. Haben wir getroffen? Nein. Ja, sind drin. Sehr gut, wir haben Klötze. So. Ich hab noch 7 Gold. Ich könnte noch, was kann ich noch kaufen? Nochmal getroffen. Nein. Haha, die Klappe. Kann ich noch, soll ich noch eine Enderperle kaufen? Was kosten die? Ja, 12. Oh, ne. Der, der will mich gar nicht entschießen, ne? Der, der checkt das gerade nicht, glaube ich. Da sind ja noch 8 drin. Ja, guck mal. Soll ich noch eine Enderperle kaufen? Ja, wenn du hast, gerne. 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 Gerne, immer ran. Okay, sag Bescheid, wenn sie drin ist. Drin. Sehr gut. Versuch. Der Bogen geht bald kaputt, ey. Haha, really? Ja. Kann doch einen kaufen. Haha, Ivy ist Versorger. Äh, Shopping ist geil. Haha. Alter! Bist du gesprungen? Bist du gesprungen in dem Moment? Was? Ja, ne? Was macht ihr denn? Ich habe ihm die Enderperle gegen den Kopf geworfen, als er gerade gesprungen ist. Das heißt, ich bin quasi genau hinter ihn teleportiert worden. Haha. Boah, wie viel Gold? Vier? Warte, ich guck nochmal. Vielleicht können wir noch eine holen. Wir machen eine Enderperle-Runde. Fünf haben wir. Irgendwann schaffst du's. Guck mal, ist einer von uns gelieft? Ja, ne? Der war gerade in der Mitte. Stimmt. Leute. Ja, der hat wahrscheinlich keinen Bock mehr. Der dachte sich, ja die rocken da schon noch. Die machen das. Der hatte Probleme mit unserer Taktik. Ja. Zehn. Ach, da ist Gold. Warte, du kannst eine Enderperle kaufen, glaub ich. Wie viel kostet die? Zwölf? Zwölf. Ja, ich hab fünf. Ja, okay, gut. Hol eine Enderperle für mich. Ne, ne, für mich. Okay, pack rein, pack rein. Heiko, wo bist du dich? Nein. Jawohl. Ach, der Heiko hat ihn gekriegt. Ich dachte nur, wo packt sie die hin? Wo packt sie die hin? Ja, wenn sie Schiff macht, geht sie immer in den ersten Slot von links aus gesehen. Okay, hol ihn dir. Oh, komm, ich mach euch jetzt nochmal nach dem Boden und mal da rein. Nein, bin runtergefallen. Das gibt's doch nicht. Okay, Amy, es liegt an dir. Was? Du bist auch runtergefallen? Ja. Das ist euer Ernst, oder? Das geht doch nicht. Nein. Rüste dich mal gut aus und hol den. Wie kannst du denn auch runtergefallen sein? Oh mein Gott. Ja, ich wollte gucken und wollte den anschießen und dann hat der mich irgendwie ganz komisch den Pfeil getroffen. Wo bist du denn mit der Enderpelle gelandet? Ich bin vor seinem Bunker gelandet. Also oben an die Ecke ran und dann runter. Jetzt sind wir die mal gegeben. Kaufen und warte mal. Ja, ich bin dafür, dass wir den Mott hier reporten, der gelieft ist gerade. Wegen dem haben wir jetzt verloren. Wie dumm wir waren. Warte mal, ich brauch noch ein paar Kistdinger. Ich baue mich jetzt da auch kranmäßig hoch. Nein, das muss ja jetzt mal hier. Kranmäßig wirst du nicht schaffen, weil der hat halt einen Bogen. Du musst wirklich eine Enderpelle nehmen und die reinwerfen. Ich hab das noch nie gemacht. Der baut sich jetzt gerade in die Mitte. Also von da aus kannst du ihn töten, wenn ich beiß. Achso, von der Mitte aus? Ja. Okay, warte, der geht langsam. Also wir ghosten jetzt mal ein bisschen. Hab ich überhaupt einen Pfeil dabei? Guck mal, der guckt immer, was ich wieder machen will. Er hat Angst vor mir, weil er... Der hat an, Peter, der hat an. Siehst du das? Wie der den Block platziert hat? Das war richtig strange. Hä? Jetzt macht der da Spinnweben. Hä? Macht der? Der macht da Spinnweben. Und jetzt warte wer zu? Hä? Ich glaub, der will, dass man sich da reinpforte mit der Enderpelle. Und dann irgendwie so... Hä? Ah, nein! Wenn man sich gerade hinbaut, dass man dann in den Spinnweben landet. Das meint er. Achso. Ich schieße den jetzt ab. Ich muss so ein bisschen mit dem Bogen üben. Auf. Okay, ich gebe kurz den Pizza in den Ofen und schieben, ja? Was? Boah, ist das unverschämt. Warte. Hol dir mal ein Gold aus der Mitte jetzt. Da ist richtig viel Gold. Jetzt hab ich aber keinen Bimbo-Dev bei mir zuhause eingekommen. Ja, aber du müsstest jetzt eine Enderpelle kaufen. Gut, dann gegen die Wand werfen. Ich hab nicht gegen die Wand geworfen. Ich hab gegen deinen Kopf geworfen. Ja, ich hab gegen die Wand geworfen. Hab ich? Aha, genug. Heiko, was ist denn hier für ein Tier? Naja, nicht. Wo denn? Hä? Hier in der Mitte. Jetzt bin ich da drin. Siehst du das? In der Mitte? Auf dem Weg hier. Da ist so ein komisches Ender. Jetzt ist das weg. What? Was war denn das? Vielleicht ein Endermini. So, ich guck mal ein, was er macht. Wunder gefallen? Nein, aber irgendwie, was habt ihr denn hier gebaut? Wir haben Super Mario gespielt. Gott, ich verreck hier noch an dem Weg rüber. Okay, Yoshi geht gerade rüber. Ja, ich geh schnell Enderpelle kaufen. Ne Enderpelle brauchst du jetzt gar nicht mehr. Der läuft in der Mitte. Rüstung und Eisenschwert wär gut. Eisenrüstung. Brauch ich halt Eisen für, ne? Oh, der läuft schon in die Richtung. Der Sprinter, der Sprinter, der hüpft. Er hüpft. Er geht runter. Er sprintet. Er hüpft. Oh, der ist in der Mitte. Ivy. 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 Der holt sich das Gold. Hol den, wenn er hier hinkommt. Ja, ja, komm. Oh, der kommt zu dir. Der kommt zu dir. Echt? Der kommt da nicht. Der kommt da nicht. Der weiß immer nicht, was er macht, glaube ich. Oh, er kommt zu dir. Er steht jetzt auf Position für dich. Genau, der def die Mitte. Wie viel Gold hast du noch? 21. Dann geh kaufen. Was soll ich kaufen? Eine Enderperle? Ein Eisenschwert und eine Enderperle. Und dann machst du den kaputt. Ist jetzt irgendwie lustig, wenn sie die Enderperle schafft und wir failen die viermal oder so. Was denn die mache ich? Wie benutze ich die denn? Rechtsklick, dann liebst du die halt. Und dann? Du musst halt die Parabel berechnen zuvor. Also du musst die Länge, die Höhe ... Aber warte, pack die noch woanders hin. Dann pack die noch woanders hin. Genau. Und jetzt läufst du erstmal in die Mitte. Boah, ich hab ... Das hängt jetzt alles an dir. Also wenn du jetzt runterfällst, dann ... Ich bin da ein richtig spannender Kampf. Ihr seht das. Genau. Ich geh mal in den Kino-Modus. Ich hab voll Angst. Ich hab ganz schweißnose Hände. Jetzt durch, durch. Dann gehst du quasi auf seinen Weg. Ist der immer noch in die Richtung? Ja, klar. Ist er wieder nach Hause gegangen? Ja. Dann gehst du jetzt nach rechts? Genau. Hier überall grün. Das ist schon mal gut. Hier waren wir. Pass auf, pass auf. Der holst den Bogen raus. Stell dich hinter die Wand. Hinter die Wand stellen. Und dann die Enderperle werfen. Und du musst jetzt einen Schritt zurückgehen und die Enderperle so schräg nach oben werfen, dass sie quasi auf seine Insel landet. Ein bisschen nicht gegen den Block. Wie? Zieh dich damit rechts? Nee, nicht werfen. Der hat sich da jetzt eingebaut. Ja, genau. Äh, genau. Einfach in irgendeine Richtung halten, wie du die werfen möchtest und dann rechte Maustaste einmal drücken. Und jetzt einfach so ein Stück zurück geht? Also wenn ich jetzt hier so stehe, ein Stück zurück und dann rechte Maustaste. Ja, genau. Okay, okay, okay. Und, go. Dann, 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 dann. Aber hey, sie hat die Enderperle geworfen. Jetzt neken. Pass auf, der kommt jetzt zurück. Jetzt kannst du den mit dem Bogen runterschießen. Hol den Bogen raus. Hol den Bogen raus. jetzt hoch da lol ist runtergesprungen hast runtergefallen ja hast gewonnen sehr gut super gewonnen du hast ihn Angst gemacht sauber ja nicht schlecht epic fight sehr sehr gut boah jetzt ist es ich hab ein bisschen unter Druck gestanden muss ich ganz ehrlich sagen ja glaube ich aber gut ich würde sagen wenn euch die Runde gefallen hat guckt mal bei Cars, Crafter und Ivy vorbei bis zum nächsten Part tschüss tschüss